Ja, 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 behindert. Willkommen liebe Zuschauer, hier wieder ein Spielvorschlag von Sebastian, du alter Ganoff. Katsio Mario. Das wird richtig eklig, ich hab mir vorhin kurz ein Video angeschaut. I don't know, hey, so, mit dem Controller hab ich. Achso, beim Yoshi daheim ist niemand daheim. This is ridiculous. Also das ist Super Mario in eklig, sag ich mal, ja, in Profi. So. Ah, Sebastian. Achso, ich soll speichern und laden, Achtung. Diese... Ich speicher... Sebastian, jetzt helf mir doch wohl, Mensch. I'm so fucking good. Speichern. Achso, na gut, wenn du spielst, dass du so sagst. Ja, klar, wenn ich spring, fick dich, Mann. Ah, ich hab keiner laden. I'm so loaded. Ja, 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 behindert, behindert. Ich hab schon lange nicht mehr so viel gelacht. Well, hello. I'm gonna fuck you, I... What? What did you say, Bob? Kommt her, you bitches. Kommt her, you... Ich hab's... Fuck. I'm justin... I justin... I justin... I justin... I justin... I justin... I justin... Josephine. Ah, ah. Oh Gott. Wo kommt denn da das Ende? Wie viele Jahre soll ich auf den Scheißdingern reiten? You fucker. Das Schlimme, wenn ich aufgeben. It's a Mikro, Leo. Dam, 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 dam. Ah, da kommen direkt Pimmelnasen. Was? Es kommen direkt Schweine. Das ist ja eine Ziliade mal schwerer wie die... Wollen, ich hab mal dieses, dieses, dieses Katze gespielt. Was ist hier los? Ich wünsche mir hier in die guten alten Zeiten der Katze zurück. Oh, jetzt, das wird jetzt, das wird jetzt ein Run. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Nein, 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 geht weg. Tja. Tja, heute bin ich gut. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Scheißfeld. Fall doch alle runter, ihr Arschlüsche. Ich will euch nicht mehr hotwisch. Früher war der cool, aber jetzt nimm ich. Der Mario mal. Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt. Bam, bam, bam. No. Oh. Ja, ja, ich muss auf Springen drücken, okay. Ja, ja, ja. Oh Gott, man kann auch da oben an diese Wichs-Dinger drankommen. What's the matter, bro? Gah! Hey. Sonst lohnt sich die doch auch mal als Sprungbrett, du. Oh, look. Ahaha. Jetzt hängt sich die Spiele auf. Pfff, zu oft geladen. Ist jetzt einfach. Das ist so tricky. Ich spiele jetzt nicht, weil jetzt, ich habe dieses, dieses Gopa-Fiech verpasst. Das muss ich, das muss ich 100 pro. Jetzt weiß ich's. Scheiße. Jetzt weiß ich's. Achtung. Jetzt weiß ich's. Das ist ganz klar. Ich muss. Ich darf. Ich muss, ich muss auf diesen Scheiß-Stein hier und dann lasse ich mich auf Skopa drauffallen und springe dann wieder rum. Aber erst. I can do it. I can feel it. I can do it. Warum springt ihr, dich Arschloch? Ich meine natürlich, hey. Das ist auch Kinderfernsehen hier, ja? Mario! Scheiße. Ja. Jetzt. Was? Was? Nein. Nein. Aber wie muss ich das jetzt? Ich muss dann, ich muss auf das Viechen dann noch drumherum springen. Erzählt mir keine Lügenmärchen. Was ist mit den zwei da los? Ja, ja. Aber nicht mit mir. Ja. Ja, 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 ja. Wie lange muss man das spielen, bis man dann ganz verrückt ist oder wie war das? Warum springt er nicht? Mario! Du kleine Schwuchtel! Er fliegt einfach mit seinen fetten Eiern in mein Gesicht. Fuck! Mario, bist du ein guter Sportsmann. Mensch. Deine... Fuck! Wie? Wie? Warum? Vielleicht will ich mich drehen. Mario, drehen bringt nichts so. Aber? Wie? 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 Wie! Wie? Bis zum nächsten Mal.